Warte! Warte! Deiner! Meine! Er hat ihn aufgenommen! Ich hab ihn! Das Geräusch ist ja richtig gut! Pau! Pau! Hallo! Sind sie nach vorne auf jeden Fall irgendwo? Das müsst ihr machen, wir haben zwei bei euch gedowned. Ich hab irgendwas getötet. Ja, das glaub ich alle geholt dadurch. Und jetzt die da hinten! Pau! 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 Ich hab noch irgendwas gedowned. Ich hab irgendwas getötet. Ich hab irgendwas getötet. Ich hab irgendwas getötet. Alle getötet! Ich glaube hier im Gewisch. Ja, er ist hier im Gewisch. Ich will überall um ihn herum Fallen bauen. Inwie... also sprich wie? Ich renne jetzt hier rum und lege Fallen. Mach einfach mal. Okay, ich kann nicht... Oh Gott! Das ist im Boden drin! Ich hoffe ich kann der Fallen bauen! Wir hier... oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh einmal getroffen! Oh mein Gott! Hallo? Warte! Nicht, nicht töten! Ich mach nur das was er baut kaputt! Ruhig! Ruhig Brauna! Schieß ihn ab! Ich hab dir nichts getan! Komm! Ich helf nicht! Oh Gott! Hey, hey, hey! Nicht! Nicht! Ne, ne, ne! Nein, nein, nein! Au! Holy Shit! Er ist sehr vorsichtig! Ja! Ja! Die hat man nicht mal gesehen! Das ist so geil! Hallo! Du bist doch her, dass ich nach hinten bin! Hier ein bisschen Salz! Was ich brauche, als ich mal drüber machen! Oh! Mein Salz hat sich umgebracht! Komm rein! Hi! Mann, ich seh ihn nicht! Ich baue oben meine Feinde und du baust unten! Du, Zor! Wofür wird seine Feinde hier nicht in die Wendung bauen? Ich seh ihn nicht! Ich seh ihn nicht! Soll ich? Ja, Bach mach! Let's go! Oh mein Gott! Was war das? Das hat mir voll leid getan! Was war das? Der hat einfach aufgegeben! Was war das? Dammit! Ich hab dich getroffen! Bau dich zu! Falle! Falle! Oh! Und jetzt? Hallo? Falle! 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 Löse doch mal aus! Meine Falle hat nicht ausgelöst! Das hat keiner von euch ne Scarf! Nee, ich hab gar keine AR! Ja, deswegen! Äh, hold sie! Tschüss! WTF?! Ich hätte auch was vor dich bauen können, aber ich wollte irgendwie nicht! Wann da welche? Reiß den Tor, mein! Ich mach schon! Der Tor fällt! Der Tor fällt! Der Tor fällt! Wuuu! Wie ist die Truhe am Heil geblieben? 3, 2, 1 go! Schießd ihn kaputt! Eggere, gebracht! Wow! Wie sagt er so wenig Leben gehabt?! Ist nicht auffällig, oder? Ey NINJA VANISH, NINJA VANISH! Ich seh nichts mehr. Das war zwar anders als geplant. Oh mein Gott! Alter, die Falle sieht man gar nicht. Ich hoffe, die wird aber auch aktiviert. Das sieht man so gar nicht von hier aus. Warte, warte, deine? Meine! Oh mein Gott, sie wurde ausgelöst. Was? Ich hoffe, dass ihr einen Jumppad habt. Das ist seine Tode wahrscheinlich. Alter, da rennen so viele. Die kommen alle her, die sehen euch, ne? Ja, ist mir klar, dass sie mich sehen. Ich meine, der kann mich schon übersehen hier oben. Ich muss mal kurz was treten. Hier. Hier. Halt sie, komm du mal. Ja. Ich hasse dich, Maxi. Ich hasse dich. Oh mein Gott, ja, Raketenwerfer. Hallo, hast du was gegen mich? Der ist im Gebüsch. Der ist im Gebüsch. Dieses Silence. Ich hab verangst gemacht. Äh, ich wollt grad sagen, ey, die Schüssel von Kurt ist zerstörn mich einfach. Ich schieß nicht. Würde ich auch sagen. Ich schieß jemand. Echt? Wo? Wer? Wo ist wo? Mann! Ey, weißt du? Ne, er wird uns rein. Ich weiß so. Ich weiß so. Ich weiß so. Ich glaub, der lädt hier gerade alles nahe. Okay, da unten. In dem gebauten großen. Hier mal rein. Oh, oh Gott. Was ist das? Was ist das? What the? Ich bin hier einfach durchgefallen. Die haben das so gebaut, dass man, dass es nicht richtig da war. Warte, ich, ich opfer mich. Oh Mann! Was ist hier? Ja eben. Ich mess. Oh nein. Was ist das? Was ist das? Hi! Hey, komm, komm! Oh! Komm schon! Prist! Vorsicht! Ja! 3 HP! Cheek! Oh! Dun, 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 dun! Hey, was geht, boi! Auf ein neues. Du, er muss sich so verarsch vorkommen. Oh Gott, dieser Recoil. Alter, das ist so dumm. Das ist so dumm. Was? Ey, tut mir voll leid, ey. Drunter gesprungen. Piu! Er ist raus. Aha, nein! Er kommt da raus. Ja, jetzt nicht im Ernst. Ich hab keine Falle mehr. Ich hab keine Raketen-Munition mehr für Dings, aber einen hab ich gesnipet, der andere, beide waren weiß auf jeden Fall. Ja, ich hab ihm noch einen... Oh, nein! Oh! Einen Shotgun-Schuss gegeben! Oh! Eine Tür! Er hat eine Tür gemacht! Nice! Hüi! Hüi! Oh, ich hab ein Problem. Ich seh nicht! Oh Gott! Hüi! G- Huiiii! Huiiii! Jeder kennt doch diesen Schrei, oder nicht? Ja klar. Ist das unsere Falle, oder ist das deren Falle? Ja, aber ich hab auch keine Munition dafür. Ich hoffe, keiner von uns ist so dumm, diese Falle so zu platzieren. Welche Falle? Ist das unsere? Die hab ich platziert. Wow. Das war für mich. Ich bin da reinge... Hör mal zu, hör mal zu. Lass mich das kurz erklären, okay? Wir sind auf dem anderen Gläser. Hoooo! Quickscope. Oh Gott. Da kommt jemand angekrochen. Schau uns da näher! Hii! Oh mein Gott. So, jetzt one shot für euch. Hüppau! Hüppau! Komm mal her! Willst du mit Spitzhacken gehen? Mal gute Nose-Skopen. Oh nein! Oh nein! Hüppau! Hüppau! Alter, unten ist irgendwas. Der wegrennt. Komm mal. Der wegrennt. Der in die Zone rennt meinst du, oder? Tanzen? Hä? Oh, fein. Hä? Hä? Fisch. Hä? Da wird wie nur die Zone. Hallo, neuer Freund. Wie geht es dir? Nicht schießen. Hier ist jemand. Hier sind zwei. Auf. Die Falle bei mir ist kaputt. Hä? Die Falle schwebt? Hm. Ich kann da durchgehen. Hä? Okay. Ist sie jetzt da oder nicht? Die Falle ist da. Die Falle ist da. Die schwebt, ne? Wie können sie die kaputt machen? So, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Das hilft mir sehr und da aus nur zwei Sekunden. Wenn ihr das Video teilen würdet, würde das mir unglaublich weiterhelfen, da das extrem viel Arbeit ist. Wenn ihr jetzt noch mehr Funny Moments von Fortnite sehen wollt, ist rechts oben ein Video, ist rechts unten, ist mein letztes. Links könnt ihr abonnieren und findet den Shop. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.